und dann hat sie noch so ein kleines ich bin ganz alleine hier oben wieso bist du schon oben warum seid ihr noch nicht hier auf dich gewartet haben so ein quatsch als wenn ich untergefallen geht ja gar nicht das war knapp hier aber ich stehe jetzt nicht wieder auf was ist das für ein miss gut klar das war glück warum krieg ich jetzt die leser und die bomben jedes mal ab weil ich die vorhanden die ganze zeit hatte echt ok soll ich mich und ich habe mich auch nicht drüber beschwert leise gelitten muss kevin ich muss den ein kreis wenn wir im uhrzeiger sind oder gegen irgendwie so dass wir überleben wenn ich jetzt noch taktisch laufen soll das geht nicht dann kriegen kopfknoten immer schön syntaktisch korrekt laufen ich gehe doch weg von mir Bläser 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 Ist mir gleich aufgefallen Voll laser, wie du abgehst Das ist schön Wer macht hier alles klein? Der Mai Ah Besser kaum noch Platz Lass den Laser Weck den Laser in dir Nein, scheiße Weck den Laser Fackt man doch nicht Voll, ne? Voll X Irgendwann geht das Ding hier Aber ich hätte da um die Ecke Und wusste auch wo es lang geht Aber leider hat sie nicht reagiert Und ich bin stumpf geradeaus in den Abgrund Ja Zurechtfertigung klingt so als ob du wüsstest, dass ich ein Video mache Und du Sämtliche Ungereimtheit von vornherein Ausrotten Möchtest Was? Echt? Nimm es gerade auf? Ja Oh ne Okay Ich möchte mal klar Klar stellen Ich spiel absolut super Mh Was? Wer spielt hier absolut super? Sollte das anders aussehen Liegt das nicht an mir Ja Ja Kurz mal auf die Minimap gucken, ne? Ja Aua, aua So diese Filmsequenz ist Aua Boah, vor allen Dingen wir haben das noch nie geschafft Erstmal Ich glaub das haben noch gar keine auf dem Server geschafft Nee Weil das auch alles verbackt ist Tja, heute ist der erste März 2013 Damit dürften wir die Ersten sein, die das Traktor altertäglich geschafft haben Right done Super Nee Entschuldigung Jetzt müssen wir